Mein Name ist Benjamin, ich bin Director International Business Development hier bei Africa Greentech. Meine Aufgabe als Director for International Business Development ist, unsere Tochtergesellschaften in Afrika bei ihren Daily Operations zu unterstützen. Ich verstehe mich auch als Bindeglied zwischen dem Vorstand hier in Deutschland und unseren Tochtergesellschaften in Afrika. Ich arbeite meistens hier in unserer Zentrale in Deutschland, nehme aber auch Termine wahr mit Partnern hier in Deutschland und hin und wieder besuche ich auch unsere Projekte dann in Afrika vor Ort. Am besten gefällt mir an meiner Arbeit, dass ich in einem internationalen Team arbeite und dass ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern Kontakt habe und da sehr viel lernen kann. Also ich kann nicht leben ohne meine Familie und ohne guten Kaffee. Ich trinke gerne Kaffee, ist Teil meiner Routine. Ich mag guten, leckeren Kaffee und der hilft mir wach zu bleiben und konzentriert zu bleiben bei all den wichtigen Aufgaben, die ich hier bei Africa Greentech habe. Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal einen Kommentar da lasst oder auch ein Abonnement. Und ja, wir freuen uns einfach, wenn ihr uns nicht nur bei Social Media folgt, sondern auch bei YouTube.